Das war's für heute. Ich bin dabei. Ich hoffe, sie können mit dem Bogen umgehen. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Das war's für heute. Oh, hallo. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Ich will nicht. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Die Anhänger des Propheten flohen, doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Städten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ohms. Nicht nur plundern. Auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Nichts. Was ist das? 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 Okay Okay Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das?